Hey Internet und Youtube, wir sind hier bei Modern Waffe 3, zurück von Battlefields Schlachtfeld zu Modern Waffe 3. Wir spielen auf Soldat, weil ich eine kleine Marine Pussy bin. Shepard hat einen Krieg begonnen, aber nur wir kannten die Wahrheit. Nikolai, wir müssen Soap hier rausholen. Da, ich kenne deinen Ort. Komm mit auf! So ist es super, man für ein Waffe. Der Unterschlupf ist direkt voraus. Los, Walter! Sofort aus dem Weg! Hol deinen Arzt! Zurück zu der Waffe! Geh zurück! Ich versuch's ja! Durchhalten, mein Freund! Er braucht Hilfe! Sofort! Wir verlieren ihn! Lade! Drei, zwei, eins, weg! Was für ein Wortspiel! Verlieren sind in dem Gebiet Spezialeinheiten, die wir abberufen können. Bei Bennetfield ist ein Team der Delta Force. Rufzeichen Metal. Overlord, Metal 01 am anderen Ende. Hier Sandman. Bestätige den Residenzeinsatz. Over. Gut, Sie auf unserer Seite zu haben, Sandman. Die Russen blockieren mit elektronischen Gegenmaßnahmen unsere Kommunikations- und Lenkssysteme. Der primäre Mast befindet sich oben auf der Börse und Ihr Team soll ihn zerstören. Er sendet auf allen Frequenzen, also gibt es bis zur Zerstörung keinen Funk. Ich habe Einheiten am Boden, die Sie hinbringen. Over. Alles klar, packen wir's an. Es wird eisig. Kühl. Riecht gut! Frost! Frost! Mir geht's gut. Mir geht's gut. Alles klar. Mach dich bereit. Wir müssen los. Schnell! Gott. Freiheit. Oder auch nicht. Ja, nicht. Danke, Mann. Danke, Mann. All right. Oh, 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 oh. Oh, du legst mich gleich hin, wenn ich drücke? Okay, gut. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Wie die Ameisen. Oder wie die fliegen. Okay, kommen wir hier weiter auch mal, Sandman? Ich laufe einfach mal vor. Oh, oh. Keine gute Idee. Okay, doch. Thanks for me up. Oh, shit. Shit. Oh, ne scheiß. Das sind keine Verbindete, meine Lieben. Ich laufe zu dem 14er. Oh, shit. Oh, was? Drei. Lass mich umschalten, Mann. Lass mich umschalten. Versau mir nicht Weihnachten. Irgendwie ist das zieht, wenn... Holy... Sweet. Fahrzeuge explodieren hat das. Ja, das passiert. Das kommt vor. Da stand doch was. Wie ist das? Gib mir das. Dump der Lipp. Oh, go, Gacetta. Ich wollte dich verschonen. Nimm das. Oh, shit. Okay. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert. No, no, no. Go. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Kann nicht. Ich bin verletzt. Leck dich nicht hin. Nimm mal. Okay. Warte, warte, warte. Wo soll ich hin? Oh, shit. What a second? Ich bin schon hier. Genau wie vorher. Schwör Sender vernichten. Die Bösen töten. Au. Au. Ich will dir nicht sagen, aber ich habe keine Munition, Truck. Gib... Ich gehe nirgendwo hin, wenn ich nicht bald Munition habe. Gib mir Mun... Grinch. Schenke mir zu Weihnachten Munition wieder. Wir müssen weiter. Ich tu mal sowas, würde ich schießen, oder? Wer braucht nen Orangesaft, Mann? Du, was hast du für mich? Gib mir was, gib mir was. Shit, ich habe keine Munition. Sehr witzig. Gib mir Munition, Mann. Was ist nahe, komm? Ich gebe dir eine Granate. Direkt vor die Füße. Das kann ich nicht sein. Nimm das! Direkt unter dem Arsch platziert. Okay, jetzt gib mir deine Munition. Gib mir deine... Dankeschön. Das ist der erweiterte Schwierigkeitsgrad vom Soldat. Bevor die Aktien sinken. Bevor die Aktien sinken. Der Störer ist nicht weit. Auf Fenster und Türen. Und die... Trucker ist irgendwas im Ohr. Nichts als Rauschen. Der Störer blockiert alles. Oh, mit Schalldämpfer, Baby. Okay, nein, nein. Nehmen wir die. Sieht besser aus, oder? Sieht besser aus. Okay, wir fahren in Grinch. Ich bin leise, ich bin leise. Und wir sehen uns in der nächsten Party. Dann danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.